Hallo, Ethan! Wie geht es dir heute? Yahoo! Wow, hier gibt es so viele Spiele. Welches willst du spielen? Hast du Lust zu spielen und gleichzeitig Zahlen zu lernen? Oh! Schau dir all die Geschenke an, Ethan. Du musst wirklich hoch hüpfen, um sie zu fangen. Sollen wir es ausprobieren? Großartig! Du hast den Baseball gefangen. Fantastisch! Du hast das Spielzeugfeuerwehrauto gefangen. Oh, scheint so, als würde es immer höher und höher gehen. Du musst so hoch hüpfen, wie du kannst. Großartig, Ethan! Du hast das Holzschwert gefangen. Das macht bestimmt einen Riesenspaß. Wow, sehr schön! Du hast die tolle Gitarre gekriegt. Mmh, dieser Donut sieht aber lecker aus. Lass uns alle deine Geschenke zählen, Ethan. Juhu! Eins Zwei Drei Vier Fünf Fantastisch, Ethan! Viel Spaß mit deinen Geschenken! Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Ethan! Wirst du dieses Haus anmalen? Juhu! Cool! Ah! Diese Farbe ist grün! Oh! Toll gemacht, Ethan! Du hast die Fensterrahmen grün gestrichen. Ah! Was wirst du gelb anmalen, Ethan? Sehr schöne Wände, Ethan! Sie sehen toll aus jetzt, wo sie gelb sind! Wo soll die orangene Farbe hin? Du hast die Eingangstür orange gestrichen! Sehr schön! Jetzt müssen wir nur noch das Dach anmalen, Ethan! Welche Farbe wirst du dafür nehmen? Das Haus sieht wundervoll aus, Ethan! Du hast die Fensterrahmen grün gestrichen. Und die Wände gelb. Die Tür ist jetzt orange! Und das Dach braun! Toll gemacht, Ethan! Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Ethan! Wie geht es dir heute? Wie ich sehe, hast du Raketen mitgebracht. Willst du ein Feuerwerk machen, Ethan? Hast du Lust, dabei mit uns Farben zu lernen, Ethan? Juhu! Großartig! Dann fangen wir an! Wren sie haben auch! Ah! Wren sie machen. Schaut in der Hand sind sicher. Wren sie aus! Wren sie aus! Wren sie aus! Find das aber auch! Es ist gut! Sie sind die Flüssig! Wo sie residence! Wren sie aus! Wren sie die Flüssig! Was ist nicht fangen? Wren sie? Ah! Wren sie? Wren sie sind wunderbar! Sie haben die Flüssig! Die Flüssig! Hmm. Oh? Game. Grün Blau Lila Oh nein, arme Ethan Rosa Rosa Wunderbar, Ethan. Du hast so viele Farben gelernt. Hast du Lust, sie noch einmal aufzuzählen? Orange Orange Gelb Grün Blau Lila Rosa Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Ethan Hast du Lust, heute mit uns Zahlen zu lernen? Super. Dann fangen wir an. Oh Ah Ethan, drück auf den Knopf und schau, was passiert. Aha Du Dürfen 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 Zwei. Oh? Mhm. Drei. Oh! Huh? Hm. See ya. Oh? Oh? Fünf. Oh? Oh? Uh-huh. Zex. Oh? Oh? Uh-huh. Uh-huh. Oh? 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 Und neun. Yahoo! Gut gemacht, Ethan. Wir haben heute so viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Oh? 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 Oh! Phew! Ah! See ya! Oh? Ah! Ah! Phew! Fünf! Ah! Oh! Sechs! Mhm! Gut gemacht, Ethan! Wir haben alle Teile der Pyramide eingesammelt und so viele Zahlen gelernt! Lass sie uns wiederholen und die Pyramide bauen! Juhu! Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Juhu! Juhu! Juhu!